Hallo, hier bin ich und ich habe eine Aufgabe für dich. Du weißt, ich habe einen Blog, der nennt sich ich mein WasBlog, so wie mein YouTube-Channel. Und auf diesem Blog habe ich eine Blog-Parade. Diese läuft bis 6. Juni 2017. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt alles über ein Video und bin gespannt, wer mitmacht oder nicht. Traust du dich, heißt meine Blog-Parade. Traust du dich, mit dir selber auseinanderzusetzen und meinen Frage-Katalog zu beantworten, aber ehrlich. Traust du dich? Wenn du dich traust, schreibe ich, sage ich dir jetzt meine 11 Fragen. Und wenn du dich traust, mach dazu ein Video. Solltest du einen Blog haben, kannst du auch darauf antworten über deinen Blog. Ich verlinke euch alles unten mit meinen 11 Fragen. Ihr könnt es auch beim Video darunter schreiben. Würde mich sehr freuen. Also, los geht's. Meine 11 Fragen an dich. Welche Meinung habe ich von mir selbst? Wie sehe ich mich selbst? Was macht mich aus? Zweite Frage. Bitte ich um Hilfe, wenn ich Unterstützung brauche? Zum Beispiel beim Möbelaufbauen. Dritte Frage. Welche Menschen tun mir gut? Verbringe ich mit ihnen Zeit genug? Falls nein, warum nicht? Vierte Frage. Welche positiven Eigenschaften habe ich? Ich bin freundlich. Zum Beispiel. Fünfte Frage. Für welche Dinge in meinem Leben bin ich besonders dankbar? Sechste Frage. Was versüßt mir mein Leben? Mindestens fünf Angaben. Siebte Frage. Hinterfrage ich meine Handlungen? Achte Frage. Was hast du für einen Traum? Und was hindert dich daran, ihn zu lieben? Neun. Neun. Stehe ich mir selbst im Weg? Beschreibe es? Zehn. Bin ich gut genug? Frage elf. Und das ist die letzte Frage. Angenommen, ich könnte von vorne beginnen. Was würde ich anders machen? Das sind die elf Fragen, die du dir selbst beantworten sollst. Nimm dir Zeit dafür und beantworte sie. Wenn du es wirklich beantworten tust mit einem Video oder mit einem Blogpost, würde es mich sehr freuen, wenn du mich verlinken würdest. Alle Angaben, die was du brauchst, stehen unten oder in meinem Blog. Traust du dich wirklich? Ich würde mich freuen. Bis demnächst. Ich mein was Blog. Bye. Bis zum nächsten Mal.